6, Episode 7 Gavios der Kerl, richtig? Wir haben alle keinen Latein. Das ist ein ungewöhnliches Pack. Was ist das denn? Suhl? Hör mir bekannt vor. Hast du das mal gehört? Also hast du schon... Ge-ge-ge-ge-gewohnt? Haben wir schon einen? Mein ne? Gehst du mir ein Zierisch auf den Fragen? Alter! Alter! Du hast du das Sagen hier! Ich muss mein Kippie wieder. Ich kann Latein, Alter. In Vino Veritas, Mann. Wo war das, Schwachkopf? Alter Ego! Alter Ego? Mein anderes Ich? Ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge Vielen Dank.